Willkommen beim Starstreetness Training. Mein Name ist Milena. Ich mache mit dir Yoga Lattes. Du brauchst nicht als eigenes Körpergewicht, eine Matte im Gel und werde noch ein Handtuch oder ein Yoga Band, dass du dir bei manchen Behnungen oder Jungen helfen kannst. Lass die Beine zusammen, lass die Schilder noch hinten tief. Atme tief durch die Nase rein und durch die Nase raus. Atme. Habe die Arme auf die Seite hoch, streck dich lang, press die Hände saft aneinander, sehen die Hände vor der Fuß. Lass die Finger zu den Boden. Atme tief aneinander und wenn man ausatmen, vor die Knie und vorbeugnen, halte den Hände so gerade wie es geht. Atme. Habe die Seite hoch, vor die Knie und press die Schultern und andere Finger zu den Boden. Atme tief aneinander und ausatmen. Ausatmen. Übungen gerade behalten. Tief aneinander. Atme aus. Lass die Hände einatmen. Noch einmal. Atme zur Decke schieben. Atme ein. Finde Richtung der Ruhsäule. Sehen wir den Knie nicht vom Fuß, mein Bein immer rund. Einatmen. Lass jeden Morgen nach außen. Streck die Arme zur Decke hoch und vorbeugnen. Lass die Arme überseiten. Aufrichten. Handfläche aneinander legen. Finde Richtung der Ruhsäule. Lass die Arme überseiten. Aufrichten. Handfläche aneinander legen. Streck die Schmerzen und lehnen. Und vorbeugen. Mit dem Boden aus der Augen gesteckt halten. Arme zur Seite. Richte dich auf. Versuch noch einmal. Tief anzuatmen und beim Ausatmen. Finger Richtung Boden. Lass die Arme zur Seite. Aufrichten. Press die Hände aneinander. Streck dich noch länger. Beim Ausatmen rechts neigen. Atme ein. Tief anzuatmen und streben. Streben. Verlegen. Ausatmen. Seien. Atme ein. Zieh dich noch größer und länger. Und atme aus. Einatmen. Mitte bleiben. Und beim Ausatmen. Vorbeugen. Bestreckt oder gebeugte Knie. Einatmen. Die Arme zur Seite. Aufrichten. Streck dich noch einmal ganz lang. Und beim Ausatmen vor. Vorbeugen. Einatmen. Lass die Arme wieder über die Seite kommen. Einmal noch. Vorbeugen. Atme ein. Und aufrichten. Und beim Ausatmen. Aufrichten. Und beim Ausatmen. Komm nach links. Atme ein. Und atme aus. Zieh, solange es geht nach rechts. Einen großen Kreis. Tief. Lass deine Arme nach hinten und gleichzeitig die Bauch nicht hin. Arm zu den Becken heben. Dreh dich wieder zurück. Und der Seite bleiben. Abbein verlegen. Und wir drehen die Schultern noch einmal. In der Hand vorbeugen. Achtung den linken Schultern gut zurück. Ziehen. Einmal. Drief. In. Und der Arm. In. indign. Ausatmen. Die Kurze Seite. In. Drief. Und der Schlüssel. Und die Schlüssel. In. In. Die Augen. Ah. In. 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 Achtung. Ausatmen, vorbeugen, Fingerlicht und Boden. Einatmen, aufrichten und zurückziehen, einatmen, zu decken. Ausatmen, Seite senken und gegengesetzt den Boden greifen. Kinnlicht und Kinn und vorbeugen, Rücken, Ruhm, kommt dir vor, nie geboren oder gestreckt, wie eine Wende, die dir lieber ist. Ausatmen, aufrichten, zieh dich wieder groß. Atme ein, Ausatmen, noch einmal, Knie, Richtung, Knie, Vorbeugen. Einatmen, Rücken, Länge, aufrichten, Arme loslassen, zu decken, hände aneinander, strecke dich noch einmal groß und links bleiben. Ausatmen, seh deine Liege am Knie, zieh die Finger so weit es geht nach rechts. Atme ein, aufrichten und beim Ausatmen, zieh deine Knie leicht nach rechts. Atme ein, Mitte, groß und aus. Atme ein, Mitte, groß und aus. Atme ein, beim Ausatmen, blieb die Schulter und streck dich gleich vor. Auf die Beine, rechte Schulter, halte beide Schulter, ganz fest Richtung Teile. Atme ein und erst zur Seite, nein. Einatmen, einatmen, stecken, verlängern und beim Ausatmen, in dir mal vor. Atme ein, einatmen, aufrichten, Arme nach hinten. Atme ein, komm zur Mitte, komm zur Mitte und noch einmal, fest, Seite leiden. Einatmen, verlegen, drehen und in dir mal strecken. Einatmen, einatmen, zieh dich noch größer beim Ausatmen, vorbeugen. Atme ein, um langsam wieder zurück, Arm zu pecken. Arm zur Seite sinken, gegengesetzt den Bogen greifen, ein, beim Ausatmen, mit ungerade halten und vorbeugen. Kopf, logisch jedenfalls, zieh die Schulter besser aktiv Richtung Teile und mit Drohgrüben aufholen. Atme ein, streck dich wieder noch größer Länge und daraus atmen, noch einmal mit geraden. Du kannst die Knie leicht anwinkeln. Mit einatmen, rund und langsam aufholen. Noch einmal ein und beim Ausatmen strecken, lang ziehen. Spür dich wieder in mir. Und mit einatmen, rund und drücken aufholen. Fahne loslassen, zu Decke schämen. Atme ein und beim Ausatmen durch die Knie, zieh die Fingerspitzen nach hinten. Einatmen, Arm wieder zu Decke schämen. Lass die Beine hochbreit, vielleicht ist es leichter und stabiler. Zieh die Fingerspitzen nach hinten. Zieh deine Steinbeine leicht nach hinten und verlagere dein Gewicht leicht Richtung Felsen. Atme ein, lass die Arme in den Augen und schau, dass deine Rücken wirklich gerade bleibt. Du kannst ein bisschen höher bleiben, du kannst tiefer sein. Schau, dass deine Rücken immer weiter gerade bleibt, wenn es geht. Und Kopf, zieh bei der Verlängerung der Virusäule kommen und zieh die Beine direkt in die Waage. Einmal ausatmen. Strech die Beine aus oder mitgebeugte Knie, Rücken und Entspannung loslassen. Einmal und einmal ausatmen. Gut die Knie und greif deine Waage. Versuch jetzt Beine zu strecken. Lass eigentlich hinter dein Schenbein Knie beugen und blick nach vorne richten. Versuch hier zu bleiben und deine Brille strecken, wenn noch liegt. Wenn das zu weit ist, lass die Knie gebeugt. Bleib da, wo es denn geht. Wollt die Knie noch einmal warm greifen, zieh dein Schenbein und zieh deine Beine lang, wenn es geht. Einatmen. Bei Ausatmen. Wollt die Knie noch einmal. Stütz dich hin auf dein Schenbein. Versuch Rücken zu strecken. Zieh die Schulterblätter aktiv Richtung Taille. Und versuch jetzt Beine wieder zu strecken gegen dein Schenbein pressen. Oder Oberschenkel, wenn dein Schenbein zu tief ist. Und versuch rücken rot lang zu ziehen. Spüre nur die Länge und verlagere dein Gewicht gleich vor Richtung Zehen. Einatmen. Beim Ausatmen. Wollt die Knie gegen den Oberschenkel. Zieh dein Becken vor. Und auch rum. Stimm dir wieder nach. Halte die Schulter nach hinten. Arme zur Decke hin. Presse die Hände aneinander. Wollt die Knie ohne einen. Stütz dein Handgelenk auf deine Knie. Versuch Schulterblätter Richtung Taille zu halten. Und hält dich fest. Und hält dich fest. Und wenn es geht. Versuch jetzt Knökel gut gerade zu halten. Liesst und Schenbein. In deine schöne gerade Linie. Gib dein Knökel nicht nach Hause. Gib dich ein bisschen mehr Richtung große Zehen. Schau, dass dein Knökel wirklich gerade ist. Und nicht nach außen. Gib ihn gut gerade halten. Beide Knie beißen nicht nach mittlere Zehen. Du drückst deine Hand. Wurzeln. Gegen die Knie. Oder unter. Deine Knie. Und machst du dein Rücken gut gerade. Breit und fest. Und ziehst du die Schulterblätter Richtung Taille. Atme ein. Und beim Ausatmen lass die Fäse auf den Boden. Versuch jetzt Arme vorzustrecken. Gewicht zurückzuhalten. Einatmen. Und beim Ausatmen Finger zu erbogen. Beine ausgestreckt oder gebeugt. Wenn es geht. Wandere auf die rechte Seite des Fuß. Beug dein linke Knie. Und zieh dein Becken leicht nach links. Die linke Knie. Die linke Knie. Versuch deine linke Knie. Versuch deine linke Knie gut lang zu ziehen. Komm langsam zur Mitte. Du kannst entweder beide Knie gebockt halten. Oder weiter gestreckt. Wandere auf die andere Seite. Und beug dein rechte Knie. Zieh dein Becken und Körper nach rechts. Und Körper zieht weiter links. Die linke Knie. Die linke Knie. Geht entspannt. Und brecht gezielt lang. Bleib kurz hier noch. Atme ein. Atme aus. Und komm langsam zurück. Zur Mitte. Mitgestreckt oder gebeugt. Knie. Einatmen. Rücken gerade strecken. Fingerspitzen auf den Boden. Wenn es geht. Beim Ausatmen beugt die Knie. Und verlangere dein Gewicht. Weich zurück. Lass die Arme vorgestreckt, denn es geht schieb ein bisschen weiter vor und versuche dich leicht vorzuverlangen Richtung Hände, drück die Fels in Richtung hoch. Komm zurück und streck dein Rückenkopf locker hängen lassen. Atme ein, komm wieder leicht vor und atme aus, zurück. Noch mal, einatmen, wieder vor und ausatmen, ruf dich weg, vom Boden. Einmal noch, einatmen, vor und ausatmen, zurück ziehen. Das kannst du natürlich mit gleich gebildetem Knie machen. Wenn die Knie gebildet sind, du kommst gleich vor, kannst du auch die Fels vom Boden schämen und kannst du wieder zurückziehen, nur dass dein Rücken gut lang gestreckt wird. Immer dem wie es geht, du machst eine Variante und komm langsam zurück zur Mitte. Stütz dich, Hände auf deinem Oberschenkel, Beut mit Knie, lass dein Kopf locker hängen, schieb dein Rücken vor, mach deine Rücken. Langsam weiter aufrichten, streck dich lang und komm zurück zur Mitte, schließ die Beine zusammen. Arme überseite hoch, atme ein, Blick zur Decke, wenn es geht, wenn du noch das ganz lang vorschauen. Aber wenn es geht, zieh dich zueinander die Norge und beim Ausatmen lass die Arme an der rechten Seite des Sonnenschenkel. Zieh die Schulterbette immer weiter Richtung Teile. Einatmen, aufrichten, gut ansprechen. Ausatmen, gut ansprechen. Einatmen, aufrichten, gut ansprechen. Einatmen, aufrichten, gut ansprechen. Und auf die andere Seite. Und aufrichten. Und auf die andere Seite. Und versuch jetzt, Hände zu verschoben, den Kopf lang zu ziehen, Beine hielt breit. Einatmen, beim Ausatmen. Versuch erst die Knie zu beugen. Versuch Kopf zu senken. Und lass die Hand, soweit es geht, zur Decke oder weiter vor. Wenn möglich, streck die Beine aus. Wenn das nicht möglich ist, versuch den Leingewollt zu halten. Und lass die Hand, soweit es geht, Richtung Decke. Und gleich, kurz, Momo. Atme ein. Aufrichten, streck deine Rücken ein. Wenn du noch hinten, gerade die Rücken aufrichten. Und lass die Beine ein bisschen auseinander. Lass die Füße in eine Linie, du kannst deine hintere Fäße leicht hindrehen, vor den Fußbutsch zu blicken, einhaut in den Rücken lang, wenn es geht, bettet man gut in Linie von Seite gesehen halten, Rücken verlängert, einhaut bei Raussappeln, Kinn anheben, Ländrigo-Bereich gut lang halten, Bauch hineinziehen, Brustbein zur Decke richten und Blick zur Decke, wenn es geht, denn nun angenehm nur Brustbein a, hirn und schütte, Hülleblätter aktiv Richtung Teile ziehen oder Fingerspitzen oder Hand weiter Richtung Knie. Hülleblätter aktivieren, Ländrigo-Bereich gut lang, einhaut bei Raussappeln, versuche jetzt nur Brust zu halten, solange nur die Rücken gerade halten und versuche lieber zu kommen. Hülleblätter aktivieren, Ländrigo-Bereich gut lang, einhaut bei Raussappeln, Ländrigo-Bereich gut lang, einhaut bei Raussappeln, Hülleblätter aktivieren, Ländrigo-Bereich gut lang, einhaut bei Raussappeln, Hülleblätter aktivieren, Räumeblätter viel lang, einhaut bei Raussappeln zu kommen, Atme ein, komm langsam zurück zur Mitte, Arme loslassen, zur Decke schämen, Blick zur Decke richten, Einatmen und beim Ausatmen senden die Fingern zur Boden, Arme zur Decke hin, Atme ein und beim Ausatmen senden die Hände vor der Brust. Lass die Zähne auf die andere Richtung, linke Zähne raus, rechte Fresse leicht zurückdrücken, Beine gut fest ausstrecken. Schau, dass die Beine in eine bequere stabile Position sind, schau, dass die Beckenknoppen in Linien vorseite gesehen sind, streck deine Rücken gerade, zieh deinen Bauch hinein und schieb deinen Streisbein leicht Richtung Boden. Versuch dich erst gut lang zu ziehen, versuch die Schulterbärte ganz fest Richtung Teil hier zu ziehen. Atme ein, Rücken lang, Atme aus, sende die Arme, Hände verschränken, die Hussäule verlängern, Brustbein vor, Schulterbärte ganz fest Richtung Teil hier zu ziehen. Atme die Fahne, streck dich so lang, es geht, Brustbein, Arme heben. Versuch jetzt, Kinn weiter zur Decke zu richten, wenn du ruhig. Und nicht vergessen, zieh deinen Bauch hinein und verlegere deinen Ländlichen Bereich. Atme ein, wenn es geht, versuch ein bisschen tiefer zu kommen, wenn ich bleibe, nur mit Blick zu Decke. Atme ein, streck dich noch, Hände aufrichten, Virusäule verlängern, strecken. Lege deinen Augenlängen, gut weit vor, Kronenpunkt, zieh ihn nach vorne hin. Komm zu tief, es geht, wenn das so unstabil ist, du kannst die Finger auf den Boden oder auf dein gestrecktes Bein oder gewölbtes Bein schützen. Wenn es geht, komm zu tief, es geht und kannst die Arme wieder nach vorne. Wenn es geht, du kannst du auch dabei, du kannst du auch vor deretnige Wort halten, du kannst du kürzen, auf den Boden oder auf dein Häuschen-Ding, nachdem du es noch geht. Mit nächster Einheit musst du dich einbauen hier anbieten, weiter aufrichten, wenn man dich mit geradieren, Kronenbogen ziehen zur Decke, atme ein und beim Ausatmen, Arme loslassen, dreh dich zur Mitte, Arme zur Decke hoch, Hände vor der Brust senken, Schulterblätter ziehen weiter Richtung Taille, atme tief ein, gib die Arme nochmal zur Decke, lass die Arme zur Seite, oberschön mit der Lübseite greifen und streck deine Lübungen gerade, greif deine Knochen in den Nöbeln oder Waden halten, soweit es geht, atme ein und beim Ausatmen, versuch deine Waden zu halten oder Knochen zu halten und versuch deinen Kopf soweit wie möglich nach hinten und sehen, du ziehst die Schulterblätter weiter Richtung Taille, tief einatmen, ausatmen, atme ein, drücken neben die Arme strecken, stürz deine glückliche Hände oder Fingerspitzen auf den Boden und versuch jetzt deine rechte Knie zu beulen, komm zurück zur Mitte, linken Knie beugen und komm zurück zur Mitte, nochmal, rechte Knie beugen, komm zurück und linken Knie beugen, komm nochmal zurück, lass deine rechte Zähne nach außen, richte deine rechte Knie leicht nach außen, komm zurück, Zähne zurück und wechsel in die Zähne aus und beugen und komm wieder zurück, lass die Zähne vor, noch einmal rechte Zähne nach außen und komm zurück, wechsel die Zähne aus, zieh weiter lang und komm wieder zurück zur Mitte, atme ein, lass die Zähne nach außen, es geht die Hände ein bisschen weiter vor und lass deinen Kopf rücken, steck gerade gut nach außen, drück die Hände wieder in den Boden, lass die Zähne nach vorne, Fuß aus der Kante, auf den Boden rücken und zieh, solange es geht. Die feine rechte Zähne aus, halten, einatmen zurück, nur noch, und mit nächstem einatmen und komm langsam wieder zurück, nähere die Hände, Schritt nach Schritt vor, lass die Fäse zueinander, wohl die Knie nach außen, versuch Wirbelsäule gut lang zu ziehen, stütz die Hände nacheinander und komm auf den Oberschenkel und komm mit deinem gerade Rücken, zieh die Hände zur Decke hoch, lass die Hände aneinander pressen und komm zur Dance-Post, lass die Ellenbogen nach außen und halte die Schulter, so wie es geht, Knie sind weitergebeugt, wenn noch nicht direkt über dein Sprunggelenk und zählen leicht nach außen und du schaust, wie weit es geht. Schulterblätter ziehen weiter Richtung Teile, lass deinen rechten Karnfläche zur Boden und lass deine Ellenbogen in die Schulterlinie, Handfläche sind eine zu der Karnfläche, andere zur Boden, komm zurück zur Mitte und wechseln, zur Boden und zur Decke, Schulter ziehen immer weiter von deinen Ohren, komm wieder zurück zur Mitte und noch einmal, sähe deine rechte Schulter gut den Blücken, schau, dass die Ellenbogen fast in der Linie der Schulter bleiben und komm zurück zur Mitte, wechseln, atme ein und versuch jetzt dein Körper nach rechts zu ziehen, du stellst die Arme und komm wieder zurück, nochmal, zieh rechts und komm wieder zurück, einmal noch, ziehst du rechts, kommst du zurück und wechseln, eine zur Boden, andere zur Decke, schau, dass deine Ellenbogen weiter zur Seite, bleib ziemlich nach hinten, gut nach außen und Handfläche weiter zur Boden, Schulterblätter drückst du weiter Richtung Teile, Handfläche bereist weiter, eine zur Boden, andere zur Decke und wir ziehen auf die andere Seite, ziehst du links und kommst du wieder zurück, nochmal, zieh nach links und komm wieder zurück, noch einmal, links ziehen, zurück zur Mitte und rechte hoch, linke hoch, press die Hände aneinander, lass die Ellenbogen nach außen und Winderspitzen direkt zur Decke, schaffst du noch beim Kniegebeugzug halten, spürst du schon die Oberschenkel, vielleicht spürst du schon, wenn es geht, Knie tiefer beugen, erst tiefer und dann langsam aufstecken, Finger ziehen weiter zur Decke, lass die Zehen nach vorne, lass die Arme zur Decke und sende die Arme vor, Finger zur Boden, schließ die Beine zusammen, abkreis die Hände noch einmal über deinen Kopf, Atme an, und beim Ausatmen streck die Beine lang vor, Fede zum Boden, Rücken, Gurgeln, wenn es geht, zieh dein Schmier Richtung Schiebein, der Feinatmen, Rücken strecken, lass die Arme zur Seite aufrichten, Handfläche ineinander, lehnen die Hände vor der Brust senken, Beine zusammen, trinken, wenn du möchtest, machen wir gleich weiter, falls etwas zu anstrengend ist, da kannst du immer wieder Pause dazwischenlegen, lass die Beine und hintere Rand zusammen, streck dich nach und weit vor, Finger zur Boden, errichten, und lass dich ein, den Boden vorwandeln, bis du eine schöne, gerade Linie bildest, entweder Präpi Pilates das nennt, oder Plan, oder Liegestürzposition, auf alle Fälle streck dich, solange es geht, versuch Bauchhahn zu spannen, versuch Schulterblätter in noch feste Richtung Teile zu ziehen, atme tief ein, und beim Ausatmen lass die Knie auf der Matte, lass daher Rüst auf der Matte, drück die Beine von deinem Hirn und schieb gerne lang vor, schau Richtung Bauch ein, richte deinen Blick vor, und Becken senken, atme ein, beim Ausatmen erst den Boden beugen, ganz langsam weiter abholen, streck die Arme vor, mach einen Kreis zur Seite, um die Schulter mitzunehmen, Hände gestützt, Brust hoch, Falsam, Becken nicht hoch, Beine gestützt, wenn es die Zähne zurück auf der Matte, und versuch langsam wieder zurück zu wandeln, Schritt nach Schritt, zurück wandeln, ganz langsam aufholen, hier unten wieder, atme ein, streck die wieder auf der Matte, presse die Hände aneinander, und beim Ausatmen streck dich weit und dann vor, Hände auf der Matte, vor wandeln, komm in einen Plan oder Brett Position, Beine gut gestreckt, Schulterblätter in Richtung Teile, Bauch ist angespannt, atme ein, und beim Ausatmen lass die Knie auf der Matte, lass deine Rüste auf der Matte, drück dich weg und deine Hände, streck deine Hände, und ganz langsam, du kommst leiden, und Seite zu Seite kommen, harte deine Stehen auf der Matte, und versuch deine Seite zu verlegen, und komm langsam, überwund, drück dich vor, schau, richte den Bauch nach oben, weiter Bauch nach oben, schau, jetzt hoch, die Vorbeugen, streck die Arme vor, Schultern nicht mitnehmen, andere den Körper, stößt die Hände aneinander in Brust, Brust hochheben, Becken hochheben, und steilfein zu der Hände richten, drück die Hände fest in der Matte, drück die Fresse in den Boden, wenn es geht, Beide Fresse hoch, beide Knie beugen, beide Strecken, und Fresse zur Boden, viermal, Fresse hoch, und beugen, Becken hoch behalten, streck die Beine aus, und drück die Fresse zur Boden, dreimal noch, hoch, und beugen, und zurück, und Fresse zur Boden, zwei noch, und hoch, und und ein letztes Mal, und strecken, und lass die Fresse auf den Boden, spieg dein rechtes Bein nach hinten, und zieh deine Beine, bis hier, ein, auf mit und beim Ausatmen, lass deinen Fuß hoch zwischen den Händen, entweder hintere Fresse auf den Boden setzen, oder weg vom Boden halten, du kannst Fingerspitzen erst vom Boden losen, wenn du unständlich hast, und die Hände an deinem Oberschenkel stürzen, oder ohne zu stürzen, aufrichten, Arme zur Decke hoch, atme ein, und beim Ausatmen, lass deinen rechten Arm nach hinten, versuch die Linke weiter zur Decke zu halten, stürz deine Hand auf deine Oberschenkel nach hinten, und versuch die Linke Seite zu verlängern, zieh so lange es geht, tief einatmen, und beim Ausatmen, komm langsam vor, streck dich manchmal und länger, und wenn es geht, lass deinen Ellenbogen auf deinen Oberschenkel, du kannst dein Hände auf den Gelenk greifen, und versuch in den Rücken Blutwand zu ziehen, falls das total unständlich und anstrengend ist, du kannst dein Gnie auf der Matte halten, riefst du auf der Matte und kannst hier bleiben, wenn es geht, versuch hinteres Bein gestrebt zu halten, und du ziehst ganz ab, komm zurück, zurück, aufrichten, Arme zur Decke hoch, press dich Hände alle an, Finger zur Boden, Schenke stürzen, zieh deinen rechten Fuß zurück, ach, sicherlich, und du blieb sie weg vom Boden, hätt beide Fäße vom Boden her, hoch, holt beide Knie, schnitt die Beine aus, Fäße zur Boden, drücken, und komm auf die andere Seite, linkes Bein nach hinten, Fäße zur Boden, zieh deine Beine zur Boden, atme ein, erst verlegen, und beim Ausatmen vor, zwischen den Händen, wenn es geht, vor, zwischen den Händen, gut weit vor, wenn nicht, errichtet, mehr auf der Matte, linke Hand runter wartet, und schieb deinen Fuß weiter vor, erst drücken, wenn es geht, du kannst stützen, du kannst auch noch stützen, auch zur Richtung, streck die Hand zur Decke hinteres Bein gut lang, zieh dich zusammen, du kannst, versuch, den Hände überall gut lang zu strecken, spüre deine Rücken, ganz lang gesteckt, einatmen, und beim Ausatmen, lass deine Linke Hand nach hinten, Richtung deiner Händen, hochseite, versuch, rechte Hand direkt zur Decke zu ziehen, ganz lang zur Decke, hinteres Bein, den Händen auch gut gesteckt, wenn es zu weit ist, kannst du den Händen, den Händen auf der Matte halten, zieh es so lange nur auf dich, atme ein, verlegen und verlegen, Augen beim Ausatmen vor, hoch, hin, versuche, den Glocken bis zur Bühne zu verwenden, und versuche, den Gurt lang zu ziehen, wenn dein Schiffgelenk greifen, Hand kann dein Schiffgelenk sein, und gut vorbeugen, Schulterblätter ziehen, immer weiter Richtung Bein gehen, und sie ist aktiv in die Länge, versuche nicht passiv zu stehen, sondern immer weiter Spannung zu behalten, einatmen, aufrichten, Arme wieder zurück und schieben, atme ein, beim Ausatmen kommen langsam wieder zurück, Hände vor der Fuß, und drück wieder vor, lass die Hände neben deinen Fuß, zieh deinen Fuß zurück, und drück die Fresse noch einmal fest zur Bogen, bei der Fresse vom Bogen stehen, atme ein, und beim Ausatmen zu gut weit vorbeugen, du kannst die Ehrenbogen auf der Matte setzen, wenn das zu weit ist, dann auch weiter zurück, und du kannst den Boden drücken, wenn das zu weit ist, schieben, und zurück zurück zurück, versuche, den Fesen zurück, und den Fesen nach vorne zurück zurück, sondern dir wieder weiter zurück, noch einmal Fersen vor, schieben, und Fersen zum Boden drücken, rechts sein, Gurt lang strücken, ein, beim Ausatmen, Knie vor, zwischen den Händen, einatmen, und beim Ausatmen den Gurt weit vorbeugen. Du kannst den Bogen auf der Matte setzen. Wenn das zu weit ist, du kannst das Hinterrücken im Geburt halten. Du kannst auch deine Ecken hoch halten. Schau wie weit es geht. Find deine Position, wo du ein bisschen weiter bleiben kannst. Rücken gerade stecken kannst. Dennis geht zur Schulterblätter Richtung Taille ziehen. Tief einmal ausatmen. Atme ein, drück dich hängen gegen den Boden. Blieb vor. Beim Ausatmen steck deine Rücken noch länger. Atme ein, schau vor. Und atme aus. Kronenkurt zieh vor. Einmal noch einatmen. Und atme aus. Zieh die Hände nun nachher an der Linie des Knie. Drück dein Becken wieder hoch. Hinter den Fens in den Boden setzen. Du kannst den Übergang natürlich auch hier über die Zehen, wie du nötig bist. Drück die Hände fest in die Matte. Schau, dass dein Lüge wieder gut an ist. Kopf hoch der Hände lassen. Kopf hoch der Hände. Und schweb dein Lüge, das Bein aufschlägt umzudecken. Zieh dein Bein schranken an. Richt dir einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Seh dein Bein. Und lass wieder dein Knie gut vor. Zwischen den Händen. Atme ein. Beim Ausatmen. Ausatmen. Rücken strecken. Gut lang vorziehen. Lass die Hände bei unten auf der Matte wenn es geht. Zieh die Schulterblätter weiter Richtung Teile. Versuch deine Wirbelsäule gut lang zu strecken. Lass kurz noch hier. Atme ein. Drück die Hände gegen den Boden. Blick vor wenn es geht. Auch beim Ausatmen strecken. Noch weg. Atme ein. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Atme tief ein. Atme tief ein. Und ausatmen. Ein Ups. Ein Ups. Hände gegen die Plüten. Becken hoch. Hinteren Spind steigt du kass. Sehen, auch der Lape du kass. Dimmer weiter. Einer, den wir nun mal füste. Der vaatmen. Atme ein. Hände gegen den Boden. In Lassen. Apne ein. Bei der Fäße 4. Glocken. Und drück die Fäße einmal noch zur Bodom. Kipp die Felsen vom Boden weg, überruf die Gewicht vor, verlagern, versuch jetzt, ein bisschen weiter Platz auf der Matte für deinen Kopf zu lassen, ein bisschen zurück wandeln, schau trotzdem, dass du nicht ausrutschst, einatmen und beim Ausatmen verlagere dein Gewicht vor, holt die Gelenbogen in den Körper und zieht deinen Gruß zur Matte, halte die Gelenbogen gut in den Körper, schieb deinen Gruß weiter vor, zieh die Gelenbogen weiter leicht zu sein, atme ein und beim Ausatmen lass deine Stirn auf der Matte, Atme ein, stehen weg vom Boden, lass die Arme zur Seite, Beine zur Seite, auseinander und komm zu stehen, fisch, einatmen, beim Ausatmen schließt zusammen und ablegen und komm wieder zur Seite, schließt zusammen, ablegen und komm wieder zur Seite, und mal, zieh zusammen und seit und zusammen, zweimal noch, das heißt, sicher, letztes Mal und seit, lass deine Hände auf den Boden, lass deine Beine gut langgesteckt aus der Matte, Schulterblätter Richtung Teile ziehen, drück die Hände gegen die Matte und versuch jetzt Beine zusammenzuschließen, abzulehnen, Arme hochzuheben, zieh die Arme nach hinten, Hände verschwenden, Schulterblätter weiter Richtung Teile halten, zieh, solange es geht, du kannst die Beine vom Boden nicht heben, zieh die Schulterblätter aktiv Richtung Teile, unllahtem, zumenspur, zur Seite und komm zurück, sch calidad und komm zurück zurück zurück, das heißt, du kannst du in die Matte zusammenzuschließen, ach ne eben von den Hände entfernen, still나 die Hände pow Jung, Blick vor, hüpfen oder nur ein Knie auf der Matte, Becken zur Seite und hinsetzen. Komm ein bisschen weiter vor, oberstöne Knie, die Seite greifen, ganz langsam weiter da, holen, zieh die Knie in Richtung, los und lass die Füße nacheinander auf der Matte. Arme zur Decke vor, Arme zur Seite, greifst und stößt die Hände auf der Matte, Becken nacheinander hoch und Becken zwingend. Nachhaltig nachher dein Becken hoch und Becken tief, stößt die Hände zur Decke. Kankrechen in alle Länge, stößt dein rechtes Bein zur Decke nach, stößt dein liebes Bein zur Decke nach. Atme ein, Kopf und Schulterblätter mit dem Bett vom Boden schäben und lass die Hände auf die äußere Seite des rechten Oberschenkel. Wenn die Arme auf der rechten Seite sind, rechtes Bein bleibt zu dir und du setzt dein linkes Bein leichter vor. Versuch jetzt Beine gut lang zu ziehen, Fingerspitzen vorziehen, du kannst dieses Bein tiefer senken und wieder hoch in die Runde heben. Wenn nicht, halte nur da, wo es noch geht, du kannst optional beide in die Geburt halten oder ein Bein leichter und andere gesteck. Schau, dass dein Rücken gut stabil ist und Becken nicht wackeln, gut stabil behalten. Wenn es geht, Bein gesteck halten, viermal senken und zurück in die Diagonale. Drei Mal noch, Fingerspitzen ziehen, weiter vor und zieh lang. Zwei Mal noch, zieh weiter länger, wenn du schau, dass du weiter gut stabil bleibst und dein letztes Mal. Geh schaft, zieh die Beine gut lang zu decken, Arme zu decken, einatmen, Beine ausatmen, Arme beheben, die Seite des Oberschenkel. Diesmal sehnst du dein rechtes Bein schnell vor und zieh du mal mit den Fingerspitzen ziehen. Zwei Mal vor, Bauchspannung weiter behalten, sehn deine Beine tiefer und wieder hochheben, Becken ist kran und stabil. Vier Mal tief und zieh sie wieder zurück. Werner noch tief und zieh sie zurück. Zurück wieder nochmal. Zwei Mal tief und zurück. Letzter, bisschen. Vier und zurück. Beine Beine zur Decke richten, Arme zur Decke. Arme rum, Arme zur Seite eröffnen und voll die Knie richtig hinten. Atme ein, beim Ausatmen stell die Beine vor und Atme ein zurück. Zwei Mal tief, acht Mal. Und vor, zurück. Sieben noch. Atme ein. Davonig Stretch. Sechs noch. Atme ein. Fünf noch. Und vier. Drei. Backfarte halten. Zwei noch. Letzte. Vorhalten. Und kruz die Beine. Kruz die Beine, kruz die Beine, kruz die Kruz die Kruz. Du kannst dein Kopf stürzen. Du kannst einfach behalten, jeden Moment du möchtest. Letzte vier. Drei noch. Zwei noch. Schnell die Beine gut zur Seite. Und eins. Schließ die Beine zusammen. Beut die Knie. Füße absetzen. Atme ein. Arme oben. Und dann über den Tor hängen. Lass die Hand zur Seite. Lass deinen niedlichen Fuß über rechte Knie. Kruz die Knie auf einer Seite. Dreh hin. Nach rechts. Kopf in die Hand. Und wenn es geht. Versuch jetzt dein oder das Beine auszustecken. Und hier dein Bein und steck dich hoch. Mach einen großen Kreis. Und schau, dass diese Knie auf der Matte bleibt, wenn es geht auf dem Boden nach unten drücken. Lass dein Bein wieder vor. Auf einen Kreis. Gurt lang. Drück die Hände gegen den Boden. Und versuch, den Knochen durch den Kopf zu behalten. Ein bisschen weiter in seitliche Lage sozusagen. In eine spiralgedrehte Position. Und das ist der letzte. Schön kreis. Gurt lang ziehen. Rücken ist gerade fest. Und Bein ist immer länger. Lass deine Knie wieder beugen. Fuß auf den Rechten Knie. Komm zurück. Zurück. Und wechseln. Lege die Fosse absetzen. Richtige Auflehnung. Atme ein. Bein ausatmen. Komm auf die andere Seite. Drück die Hände gegen den Boden. Schau, dass die Schulterblätter gut auf der Matte bleiben. Hebe die Hände nicht zu hoch. Dann reicht man die Schulter hoch zu kehren. Gut beitreten. Beine Ohren behalten. Knie gut zur Seite. Kopf zur Seite, wenn es geht. Wenn nicht weiter zu weg halten. Erinnern wie es geht. Versuch jetzt oberes Bein zu strecken. Gurt lang ziehen. Versuch Becken den Knochen weit stabil zu halten. Und die Regen ist aktiv noch nicht Richtung Boden. Und du ziehst das oberste Bein. Nimmer. Noch mal. Leicht überkreuzen. Weit lang. Oder Knie leicht beugen. Wenn zu weg genug zu anstrengen. Bis gestreckt zu halten. Und zieht deine große Länge. Und steck dein Bein so weit wie immer wieder gut. Noch mal. Fest überkreuzen. Und ziehst du immer länger. Da strebst du dich. Spürst du weiter die Länge. Es ist so schön, immer größer zu werden. Und noch einmal. Immer länger. Wen geht immer länger. Und steck weiter vor. Und langsam. Zur Seite. Voll dein Knie. Lass Knie über Knie. Komm zurück. Zur Mitte. Und lass deinen Fuß wieder zurück. Atme ein. Beim Ausatmen. Oberschöne die Rückseite breiten. Und wenn du dich vom Boden hängen. Steck die Beine aus. Versuch bei dir vorzudrücken. Aufrichten. Versuch von dieser Position. Wenn du brauchst kannst du auch Poppapki vom Boden hängen. Streck die Arme zur Decke lang. Atme ein. Beine durchstrecken wenn möglich. Zehen zu unter den Zehen. Streck deine Rückung gerade. Senk die Arme. Ganz egal wie weit es geht. Wenn du brauchst Rückenabohnung oder ein Yoga Band oder ein Handtuch hier über den Füßen. Du kannst die Beine zusammenhalten. Du kannst sie auseinander halten. Versuch erst die Rücken zu strecken. Drück deine Zehen leicht nach vorne. Ich helfe dir mit dieser Zuge deiner Rücken noch mehr zu verlängern. Zieh dir den Boden leicht nach außen. Oder erlängst deine Beine Baden. Streck deine Rücken noch weiter. Spüre die Länge. Stell dir vor das Steißbein beginnend immer weiter in die Länge gestreckt und gezogen wird. Du ziehst immer länger. Du spürst, dass die Schulterbleiben immer fester Richtung Teil hier ziehen. Die Fußballen ziehen leicht nach vorne. Safte Druck nach vorne. Und versuch jetzt zurück noch länger zu ziehen. Ellenbogen nehmt wieder hoch oder weiter tief halten. Und senken. Und versuch dich weiter lang und länger zu ziehen. Ob es tief werden es geht, wenn es unangenehm sollte. Sollte es angenehm sein. Da kannst du deinen Nackenmuskel zu entspannen. Atme ein. Streck deine Rücken wieder gerade. Zieh beide in die Länge. Weiter aufrichten. Komm zur Mitte. Und dein Linke Knie. Läd dich vor wenn es geht. Rückengurt lang. Atme ein. Und beim Ausatmen. Versuch mit dir in die gesetzte Handbeine Fuß zu greifen. Strecke hinten länger. Halte dein Kniegebeug. Wenn es geht, kannst du strecken. Halte die Schulter so viel es geht. Zieh dich immer weiter in die Länge. Spüre fest, dass dein Knie noch nicht mehr wird. Du kannst deine Hand auf dein Kreuzbein legen. Um dir helfen, den Rücken zu strecken. Daumen zu stützen. Und gut anziehen. Wenn es zu weit ist, kannst du den Kniegebeug halten. Versuch mit dir aus dem Rücken zu strecken. Bein wechseln. Bein wechseln. Wie es geht. Bleib kurz noch. Atme ein. Und beim Ausatmen schließt dein Arm wieder zurück. Rücken verlängern. Beim Ausatmen zieh dein Sprechen Richtung Schienbein. Ganz egal ob Kniegebeugt ist. Darum brauchst du Kopf senken. Alle Beine gestrecken. Zieh zu weit und hoch. Einatmen. Beim Ausatmen zurück zur Mitte. Kniebeugen. Bein wechseln. Steck ein anderes Bein. Eins zur Seite. Zieh lang länger. Versuch streit einbeginn. Den Lücken erst lang zu ziehen. Atme ein. Lass deine linke Hand zu deiner rechten Fuß. Rechte Fuß. Linke Hand. Rechter Fuß. Und gegen. Schulter wird tief behalten. Schau, dass deine Lücken gerade ist. Schau, dass die Schulter tief sind. Wir sollen es immer länger halten. Du kannst deinen Arm nach hinten strecken. Du kannst stützen. Wenn es wird, Bein strecken. Wenn du kannst, kannst du dich helfen. Wenn du lachtest, kannst du deine Rücken unterstützen. Schulter weiter weg. Du ziehst immer weiter in die Länge. Du spürst immer weiter, dass dein Bromentum zur Decke ziehen. Atme tief ein. Und beim Ausatmen lass deinen Arm zur Seite. Fuß greifen. Knie kannst du geburt. Greifen kannst du gestrebt. Einmal ausatmen. Stimmrichtung. Schienbein ziehen. Du ziehst nur weiter in die Länge. Knie, wie gesagt, kann auch geburt sein. Und auch gestrebt. Tief ein und ausatmen. Und beim nächsten Ausatmen. Knie beugen. Und zurück zur Nähe. Steht es jetzt, wenn es geht. Oder nehmen wir noch das Gas auf eine Seite. Vorstrecken. Ein Position, das angenehm und bequem ist. Ein. Ausatmen. Ausatmen. Und drücken. Und nach hinten. Atmen. Öffnen die Arme zur Seite. Ausatmen. Lass die Arme vor. Atmen. Decke hoch. Und ausatmen. Ruhe und drücken. Ein. Und öffnen die Arme zur Seite. Ausatmen. Und abrufen. Anrufen. 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 Hände vor den Fuß senken. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal.